So, einmal eine Zylinderschelle mit blauen Sternen, richtig? Genau, aber nur als Test. Genau, Testdurchlauf sozusagen. Mit blauen Sternen als Effekt. Oh, wir haben Zeit. Ein bisschen langer Bezügerung, aber sehr schön. Schön. So, zwei Inch Zylinder Saluteshell, 90 Gramm in die Hände ins Land. So, und wir tun noch ein paar so Ratterpatronen mit rein. Eine noch. So, viel Spaß. Hammer, geil. Hammer, eine Nachschau. So, jetzt einmal nochmal eine 2 Inch Shell, Rockhead Brown. Sehr schön. So, eine Selfmade, 2,5 Inch Blue Peony Shell, 180 Gramm. Ähm, ja, mal sehen. Die Tendenz steht zum Verpuffen, weil kein BKS drin ist. Ähm, ja, mal sehen wie die wird. So, endlich ist sie drin. So, jetzt einmal laufen, aber jetzt inblicken. So, jetzt kommen wir seit 80... Und jetzt kommt eine dividends langwecken. Und jetzt einfach nach können wir auch noch mal sehen. Und jetzt geschre知, weil es andere Member macht. Und dann brauchen wir so Logic. So, wenn es auch noch schnell gibt es nur eine Kostmaschine. wunderschön so jetzt eine 3-inch shell Red Bees plus Flying Star Bees insgesamt ungefähr 200 Gramm NEM guter Gewicht genau schöne 3-inch und wir hauen noch etliche Brutos Ratterpatron 2 P2000 mit rein schöne viele Parasiten so rein damit so die ganzen Lutis-Teile noch ein P2000 und noch 3 Ratter also ordentlich was drin im Loch und dann mit der kurzen Runde hau an das Ding wunderschön so eine weitere 3-inch Silvertail-to-Silver-Strobe von Klasek 220 Gramm circa und paar P2000 Ratterpatronen hauen wir da auch noch mit rein so 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 eine 3-inch so so half green und half blue für Uni 3-inch von Star Comet und Fireworks und Fireworks so wie bist du denn da wie bist du denn da richtig fett so so 3-inch Blue Pionyshell gegen ja 10 nach 3 ungefähr so groß dass es nicht auf die Kamera drauf passt wunderschön so jetzt wieder zwei Kugelbomben nochmal in 3-inch und die Ratterpatronen Half Red Half Blue und Half Silver Half Blue Chrysanthemum ja wir beginnen mal mit Half Red und Half Blue Peony so jetzt erstmal die Packung hier aufbrennen dann hauen wir da mal ordentlich noch mit rein wunderschön wunderschön so fette Verleger so jetzt die Half Silver Half Blue Chrysanthemum und auch hier ballern wir nochmal gut Vogelschreck mit rein noch eine dicke Hand voll gierig so wie das sein muss Leute so jetzt noch eine 3-inch Kugelbombe grass green to yellow color changing per Uni ja brutto Gewicht 212 Gramm genau NEM 140 in Hawaii und noch was Nettes oben drauf so jetzt noch ein paar Skyrutter und dann soll das auch schon losgehen wunderschön wie das gewechselt hat so 3-inch Titanium Salute Shell richtig fette Shell die wird nochmal mega laut Leute nichts mehr an Blutermörser der schlag Silvester 2016 16. Das war eh ein schlechtes Ball.